Das Schlaggerät wird vorbereitet. Kannst du für die Fans ein bisschen was sagen, wie schwer ist denn der Schläger und was ist das Besondere daran? Der Schläger hat glaube ich 295 Gramm und kriegt extreme Kontrolle und auch extreme Power. Super, dann werden wir schauen jetzt wie es geht. Da kommt schon der Raimund, spät aber doch. Immer spät, die Rapid Viertelstunde, aber jetzt ist er ja da. Je weiter er hinten kommt, umso mehr ist er. Das möchte ich auch alles, dass das alles wirklich top ist.